Freude, Freude im Leben. Es gibt so viele Dinge, über die wir uns freuen können. Jeden Tag gibt es schöne Sachen, dass wir zum Beispiel noch leben, dass wir uns bewegen können, dass wir irgendwas machen können jeden Tag. Jeden Tag gibt es zumindest ein paar Minuten, die wir ganz für uns selber nutzen können. Wir können uns freuen am Alltäglichen zum Beispiel. Wir können uns freuen an Menschen, an Begegnungen. Also etwas mehr Freude im Leben und schon scheint die Sonne.